Ich muss die Lina unbedingt haben, ja. Die kommt schon wieder. Ich fand nicht mit ein paar Leuten in der Folge. Ich treffe ihn hier unten nicht. Unser Rosana ist auch weg. Die könnten uns jetzt wieder uns zwei wieder erwischen. Ja, zu zweit ist ungünstig. Ja, die anderen sind irgendwie woanders. Einer ist tot und die anderen sind in der Base. Macht jetzt auch keinen Sinn, hier stehen zu bleiben. Rosana nochmal, weil der müsste wieder da sein. Ne, 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 den habe ich ja vorhin gekillt. Aber der ist... Ich dachte... Ja, er kommt alle sieben bis elf Minuten. Der ist nicht mehr da. Jetzt gucke ich danach, ob das wirklich so ist oder... Okay, die Anzeige ist also falsch mit dem komischen Totenkopf. Ja. Ich bin auch gewundert. Er blinkt einfach durch die Gegend. Du kannst das auf Gegner treffen, ne? Ja, deswegen gehe ich jetzt auch wieder. Da unten ist auch einer. Da drin. Da wurde ich gerade raus, attackiert von einem. Solange wir hier sind und die Gegner irgendwie in der Mittelschwerde halten, kommen die anderen nur nicht so auf den Außendingern weiter. Oh, pass auf, da unten sind jetzt zwei. Das ist der Hardcore, ne? Der, der so gut ist. Die aber auch. Ich warte eigentlich gerade noch auf den Gegner nach. Dankeschön. So, ich glaube, ich bin Intelligenzheld, oder? Ja, ich bin Intelligenzheld. Alles klar. Dann der gerade so ein bisschen unkoordiniert rum. Oh, warte, da ist ja einer von mir. Fängt so an, ne? Und ich bin weg. Ich bin einfach weg. Au. Ich komme. Oh. Nein, 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 nein. Uh. Ich habe noch 20 HP. Ich bin mal raus. Also ich werde jetzt versuchen, irgendwie mich zu töten, aber ich glaube, ich bin der schlechteste Ziel für sie. Die habe ich dann wohl im Gefühl. Wieso? Weil ich sie immer überlebe und dann töten wir sie einfach. So machen wir das in Zukunft immer. Deswegen habe ich das Gefühl. Du bist so der Köder. Und dann kommen wir alle angerannt. Ja, jetzt müssen wir pushen hier. Ja, alle weg. So, fast alle. Ja, ja. Oh, oh, ne, 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 ne. Ich bin noch nicht benutzt. Axel ist schon wieder da. Er hat keine Chance gegen mich. Er hat nur noch pinks dort, ne? Du bist nicht alleine. Ich habe es gerade gesehen. Also, wir sind zwei gegen zwei. Minimum. Und die Top-Lane pushen auch gerade rein. Ja. Ah, wir kommen schon wieder in zwei Teile. Ja, jetzt sind es mehr. Okay. Aber ihr seid immer noch. Ich bin wieder da. Schön. Au. Wir wollen wieder auf dich losgehen, damit wir sie töten können. Wir wollen hier wieder auf den. Oh. Was ist das? Das ist ein komischer Turnt. Das ist echt fies, der Turnt. Vor allem, wenn ich gerade mitten in unseren starken Melee-Campern stehe. Oh. Der heilt wieder. Du sollst auf Lina gehen, die über dir steht. Was ist das? Greif ich dann automatisch dich an? Ja. Das ist wahrscheinlich eine Ulti. Werde ich automatisch angekriegt. Also der, der gezielt wird, wird automatisch angegriffen, glaube ich. Boah, das ist ja heftig. Zumal mit der Attacke, da raue ich dir halt auch ordentlich was rein. Ja, ich war ja in zwei Sekunden tot oder drei. Hm. Wenn man das genau abpassen kann, Wandi, das ist halt durch dieses... Dieses große To-Wabo auf der Map sieht man dann aber auch nicht genau, was für einen Buff man gerade hat. Ja, so. Das Problem ist vor allen Dingen, dass man das irgendwie nicht verhindern kann. Das ist ein Held, dessen Ulti quasi stärker wird, die stärker werden, die Gegner sind. Das ist doch doof. Naja, es ist halt... Ich müsste halt diese Fähigkeiten, die ich hab, würde ich halt weglassen, wenn ich halt merke, dass ich unter dem seinem Bann stehe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt irgendwas machen kann. Bei mir dauert es ja jetzt erst mal, bis ich wieder werrieren kann. Ah, das ist schon ganz schön ausgeglichen gerade. Also außerdem, dem Axe sind alle besser oder gleich gut. Was? Wir sollen wollen zusammenbleiben, hab ich geschrieben. Dass wir bitte alle zusammenbleiben wollen. Willbringt. Dazwischendurch auch noch Lanes pushen. Jaja, aber wir können ja zu fünft eine Lane durchpushen und dann können sie uns nicht viel entgegensetzen. Oder sie müssen halt auch kommen. Weg, 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 weg. Ich dachte, wir kriegen ja irgendwie ein bisschen Hilfe. Wir haben so reingeblinkt und sind weggekommen. Okay. Das, das find ich okay. Okay, der jungelt. Wenn's zu viele sind, ist es zu viele. Grün jungelt und orange geht, äh, oh, braun geht rein. Ja, wir müssen aber auch Lanes faken. Aber guck mal, unser Ogamark ist wieder alleine weggegangen. Ja, unser einer Typ nach oben, ja. Äh, soll ich nach oben gehen? Ne, ne, da geht's schon. Ach so. Lass da. So, jetzt kommen sie zu viel. Ich würd mal den Zug anpeilen. Jaja, sie blinken auch durch die Gegend. Ja, der, die pushen jetzt oben, unten. Das ist okay, wenn wir die jetzt hier ablenken, soweit. Wann wir das können? Ah, warum lauf ich denn in die Richtung? Ist ja schrecklich. Du willst nix mit dem Ablenken. Oh, okay. Verdammt, das verbraucht man. Shit. Ich wollte es mal ausprobieren. Ähm, ja. Irgendjemand kämpft doch hier. Ah, ist gegen Minion von uns. Ja. Okay, da hat jemand nochmal Wurz gekauft, aber ich hab echt keinen Platz für Wurz. Ich weiß nicht, in Dota braucht man so viele Items. Äh, wir gehen mal rein. Ich hab tatsächlich Platz für sowas. Okay, der, der stützt sich grad noch. Ich geh da weg. Ah, gut, der Mario hat noch nicht. Au. Ne, das war zu spät. Da konnten die nämlich schon ulten. Ja, du greifst ihn an. Immerhin diese komische Animationen kommt, greifst du ihn an. Ah, da hab ich's auch nicht mehr. Jawoll, der will ist noch weiter rein, ne? Ist dir bewusst. Sag's mir mal. Ja, geh auf sie. Ja, schon. Geh hält nicht so viel aus. Toll. Bach. Auf. Jawoll. Boah, jetzt haben wir aber auch alle gekillt von denen fast, ne? Ja, ich war wieder Opfer. Ach, du opferst dich. Ah, Entschuldigung. Was denn? Du hast ja im Kurier weggeklickt von einem. Ja, du machst das schon ganz wichtig, aber ich müsste mir hier Lanes pushen, ne? Ja, aber das machen die anderen nicht. Es wäre nur noch einer übrig, also push so weit du kannst. Mach ich. Mach ich. Oh, der Turm fällt jetzt noch. Okay. Das kann ich hier hinlegen. Plus Intelligenz, wahrscheinlich jetzt besser. Okay, aber jetzt gibt's schon... Leute, 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 nicht zu weit rein, nicht zu weit rein. Also ich bin auf dem Weg, aber du bist momentan der Einzige, der wo weit vorne ist. Ne, 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 ne. Dauert's auch ab. Also, also, lauf mir nicht nach. Die sind direkt hinter mir. Okay. Das Rohrschand wieder da inzwischen. Ich muss nochmal Rohrschand gucken, ja. Wollte ich gerade vorschlagen. Wie oft bist du jetzt eigentlich unsterblich? Gar nicht mehr. Na, Regeneration klauen oder nicht klauen? Na, perfekt. Oh, die. Meins. Ich kann's auch mal die Runde der Regeneration haben, äh, der, der, des unendlichen Lebens. Also ich könnte den vom Prinzip auch alleine machen. Ich weiß halt nicht, ob ich die Erfahrungspunkte doppeln, wenn man an die zu zweifelige Trüchter steht. Wahrscheinlich nicht, man teilt sich wahrscheinlich einfach auf. Es geht halt ein bisschen schneller. Und falls jetzt jemand erwischt, sind wir zu zweit und du nicht alleine. Das stimmt, da hast du recht. Das ist nie, wenn man da weggesnackt wird. Aber sag ich mal, weggesnackt ist, das ist das falsche Wort. Ich will den Käse nehmen. Aber irgendjemand soll den Käse nehmen. Aber ich hab kein, ich hab keinen Platz. Der tut, aber irgendjemand braucht Käse. Kann ich den irgendwie, ah, so. Ich hab jetzt den Käse genommen. Bin ich jetzt unverwundbar oder was? Oh. Nee, der macht dir jetzt gerade auch nicht so. Ich hab' mir quits. Ja, ist gut. Oh Scheiße. Rennen. Ich komm gleich wieder. Ach du hast noch Roshan? Aber das wissen die. Ja. Deswegen komm ich jetzt auch plötzlich lebend weg. Ja. Oh ich hab mir schon gedacht so kommst du da raus. Ach so deinen Käse. Au. Ja ich hab meinen Käse aber was macht er denn? Der macht 2500 Lebenspunkte. Ja. Sehr schön. Das hättest du mir vielleicht eher sagen sollen. Hab ich doch. Der kam irgendwie nicht an. Der Käse ist glaube ich das stärkste Heil-Item im Spiel. Komm den kriegst du noch. Aber pass auf den hier rechts auf ne. War noch einer da hat sich grad versteckt. Die ist schon abgezogen. Hä wir können, wo kann der denn weg? Ich verstehe den Wald hier nicht ehrlich. Ja manchmal machen sie dann auch einen Town Portal wenn sie sich in Sicherheit fühlen ne. Ja das ist trotzdem irgendwie. Komm nicht so klar. Man muss mal Bottom beschützen ne. Na die kriegen das auch alleine hin aber man sollte da nochmal pushen. Ja ich sprech jetzt aus dem Off weil ich nicht mehr mitspielen darf weil ich zu schlecht bin. Ja das ist wie? Nein. Machst du nicht. Ja du bist doch der Tank immer noch. Das ist doch normal. Wann das stimmt. Hat man doch schon das Thema. Ja so bisschen ja. Na ja also 10 10. Meine Quote ist derzeit nicht sonderlich geil. Wo steh ich denn? 3 4 19. Hat er den blöden Kurier weggeschickt. Ich werde nur noch Sachen von mir. Aktivated Bounty Runes. So sind wir wieder alle alleine das ist doch kacke. Unten sind 3. Also wenn ich mit da bin sind es 3. Gehör mich zu euch. Auf die Borderlands. Bot? Ja. Joki. Da ist Lina. Sind wir irgendwie alleine? Hm wir sind da. Da sind wir zu drittun. Kann mich Lina ein bisschen ärgern. Ja komm. Ja. So als ob ich die Minis angreifen muss. Was die Nina töten. Da ist aber noch mehr hinter dir. Oh 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 oh. Okay war ne solche Idee. Mh rennen. Kämpft ihr noch? Ja wir kämpfen noch. Du sagst rennen. Wie sagst rennen. Achso. In der Tank hätte sie nicht rennen sollen ne? Nö. Ja. unbedingt diese blöde die tut es mir richtig weh inzwischen diese springtosita wenn du einmal weg bist du zu weg bleiben ja aber wieder fünf gegen drei ich sage nicht dass du daran schuld bist aber was machen wir uns warum können wir nicht mal zu fünft rumlaufen werden so einen vorsprung ist mal irgendwie verteilt um gerannt ja das finde ich halt voll schrecklich ja wir sind trotzdem noch deutlich besser als die hier unseren woher mit an woher matt das muss auch wir beide sind die loser der gruppe rest macht scheinbar richtig ich bin gerade irritiert das macht auch keinen sinn immer nur zu fünft rumzurennen weil dann überrennen sie uns auf den anderen lanes und dann können sie einfach wir hätten hatten genug vorsprung ich bin der meinung man hätte sie einfach durch die mitte überrennen können aber das hat wenig funktioniert jetzt mal mit ich bin jetzt noch tot und unser braun aus wieder ich verstehe es halt nicht warum er immer wieder reinläuft worauf steht denn er schlau auf 9 12 also ich finde nicht dass ich der loser bin ich habe 20 assist ok jetzt bin ich auch reingelaufen ich darf nicht sagen es ist immer reingelaufen sagst du auch nicht dass sie so weit springen können aber ich bin nur wiederbelebt worden um zu sterben das war richtig dumm der ärgert mich jetzt jetzt sind sie in der tat langsam wissern ja zack der morningstar das gleiche ging da sind wir als fünf rumlaufen sollen ja nebenan sie können deine nachrichten nicht lesen oder ihre nachrichten ja auch nicht den schritt keine ahnung ich habe eigentlich nie was eingestellt wenn ich der meinung aber aber das haben wir verloren weil wir alle einzelnen rumgelaufen sind das haben wir noch nicht verloren was redest du denn da die machen das was ich meine gehen zu fünf weil sie haben jetzt einen vorteil und hauen einfach alles kaputt ja aber du kommunizierst ja mit denen ja nicht weil sie deinen zu schandlich lehren würden man kann doch auch selber denken bin ich der meinung ja aber dann laufen alle rufen hier dem anderen hinterher wir hatten ja auch team falls wir einfach alle zusammen waren und danach sind wir alle irgendwo hin gelaufen und man geht eigentlich in die mitte weil das die kürzeste weg ist ja wir kriegen gerade nur noch auf die mütze die letzten drei gefechte haben wir verloren aber das ist ja nicht aller tage abend das stimmt aber trotzdem schlecht teilweise müssen wir jetzt jetzt ist zum beispiel auch wieder der fall dass wir die lanes auch verteidigen müssen ja ja da bin ich auf dem weg hin warte ich jetzt mit ja ist unten wir sollten unten gehen ich porte nach unten ja ach der ist schon wieder angegriffen von allem ist das nervig vielleicht greifen die auch automatisch irgendwann der sie nicht an ne ne der ist auf mich gemacht das ist ja immer der der im zentrum von dem ganzen steht ja ihr seid euch schon wieder jetzt nur noch alleine ne wir rennen grad schon wieder zurück da ist jemand hinter euch rum geblinkt ja da ist jemand hier oben ist jemand hinter uns ne ja ich find's doof wenn man's anpinkt und keiner dreht sich um wir haben grad den anderen verfolgt naja wen ist jetzt gestorben ich find's aber relativ gut so also wir sind die einzigen opfer ja ja hat sie mit boots of travel gekauft das sind die boots of travel weißt du was sie sind oder ne das ist quasi die schuhe mit eingebautem stadtportal kostenlosen die kosten aber auch irgendwie 2000 gold oder so der hat also wahrscheinlich einfach zu viel gold übrig kommen wir etwa zeitgleich wollen wir dann irgendwie zusammen eine lane machen ich bin immer noch meinen wir müssten eigentlich mal durch die mitte durch mal durch die mitte durch mal durch die mitte durch also das macht ja hält ja auch gerade unser pinker auf da ach jetzt sind sie gleich wieder tot wenn sie da nicht rausgehen glaub ich zu mir muss ja jetzt wo Lina noch dabei ist get it was hat Lina eigentlich für items da muss ich mal achten ja aber der bottom ist in der Zeit geflogen das ist ja zumindest wenn du sie gut abgelenkt ja ja oh man kann sich neuerdings mit minions poten aber das geht nicht oh fuck jetzt hab ich was jetzt hab ich quatsch gemacht wo bist denn du jetzt? hinter dir da oh da ah hm ich hab ich grad mit dem da unten gewechselt äh Lina da oben noch nehmen ich hab Angst dass wenn man sie dann doch angreift dass dann plötzlich 10.000 andere auftauchen ey komm push mal weiter mit Lina ist eh gestorben oder? ne Riki ist gestorben komm mal hier mal rüber ich kann ja noch absagen oh oh Achtung unten 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 da kommen die ganzen ne wir wollten eigentlich direkt wieder nach oben und weg 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 ich kann nicht ich schreib dich grad an oh oh das ist schlecht danke das war ich nicht mal aber das war unser hart gefeedeter antra ja ich feede ja mit ich darf echt nix sagen jetzt lass mich doch mal weg gehen Ben Ben nejeje aber wir können auch aufholen also das ist es ja nicht ah dieser 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 Typ von von skeleton king der macht mich fertig und dann kommt der assassin der macht mich auch fertig die waren alle fertig noch mal ein paar warps pflanzen die haben halt haufen damage schon das ist echt kacke der eine hatet voll über den anderen ab ja wie gesagt deswegen hab ich sowas rausgenommen ja aber da kannst du halt auch nicht mit dir kommunizieren manchmal sind sie ja gar nicht so schlecht also manche nicht alle der jetzt zum beispiel ist nervig bei wen hatet der denn da so ein ogre magier er soll doter löschen weil er so schlecht ist der ist ja auch wirklich nicht gut das muss man ihm mal lassen ja aber mhm also jeder ist ja mal ein noob ja ja ich sag ja nicht dass man deswegen so einen quatsch sagen muss aber er ist nicht gut wir sind auch nicht gut das hab ich auch nicht behauptet ich hab schon deutlich besser gespielt als heute es ist schon spät und es ist verdammt wahn hm ich hab mein fenster sogar zu ich hab meins auch zu ich weiß auch nicht ob das nicht ein fehler war ok irgendwie krieg ich das nicht hin mit dem porten ich bin zu doof dafür wie hast du es vorhin geschafft hast einen minion zu porten gar nicht machst du doch oder nicht ich drück bloß kurz die top lane raus dann komm ich zu euch ja ähm mit lane kann ich jetzt hier alleine nicht machen musst du nicht ich komm gleich ich will bloß kurz hier die minions aufwarten ich bin auf dem weg aber ich glaube ich habe keine geckere wir haben jetzt aber alle bote ja das problem ist es nur einer ein unsichtbarer und ein sichtbarer und der andere macht in der mitte Du machst in der Mitte gerade. Du sollst wahrscheinlich da in die Richtung laufen. Ja, wir hätten da in die Richtung laufen sollen. Er ist nicht mehr. Ähm, Worte? Ich bin jetzt hier überall. Ich hab Angst. Zwei von uns sind tot. Ja, und das war das Problem. Wir können halt jetzt nicht viel so machen mit zwei Toten. Inzwischen steht es 52 52. Wir hatten irgendwie zwölf Kills Vorsprung. Hm, das verändert sich halt manchmal. Man kann auch nicht. Dann kommen sie ja wahrscheinlich gleich in die Mitte, wenn wir uns hier weiter zeigen. Wo ist denn sonst denn? Top. Zurück gehen. Weg gehen. Wird man nicht sterben. Thema Top. Fahr nochmal hier. Jungeln. Unser Okamagi geht aber jetzt abzufieden. Der ist nämlich krass mit dem Gegner gelaufen. Und macht einfach nichts. Aha. Der wurde jetzt also durch dieses Flame so angekratzt. Das heißt, keine Lust mehr, das Spiel zu gewinnen. Geil. Na, das war bestimmt ein bisschen nach Absicht. Doch, ich hab's beobachtet. Er ist hingegangen, hat sich hingestellt, hat nichts getan. Vielleicht hat er seinen PC gesprungen. Ja, genau. Du merkst, ich bin ein grenzenloser Optimist. Dafür kennt und hasst man mich. Natürlich. Ich versuche mich gerade noch ein Level hoch zu jungeln. Welche Level müssen du? 20. Okay. Die Gegner müssen doch auch schon... Ich will mal Tab drücken fürs Go. Das ist so, was mir vorliegt. 58 Minuten Spiel hier. Das ist auf jeden Fall mal spannend. Wauwauwauwauwauwau. Moment, was ist los? Ich lebe noch. Danke Ich bin tot Er blinkt halt zweimal Sie blinkt einmal zum Minion und einmal zu mir Und dann bin ich tot Und der ist ein Grün Der drückt gerade unten Der muss da weg Wir haben sogar zwei Leute, die es uns nicht machen können Wie ich sehe Oder das ist ein Item von ihm Item kann auch sein Ja, Shadowblade ist das Der ruhig geopfert Ich? Wieso? Nein, ich bin einfach nur gestorben Aber sie haben glaube ich noch ein Gefühl Wo er ist Und also weg Dass man das auch nicht abbrechen kann Als Gegner Dieses Town-Portal Das ist ätzend Vor allem das dauert irgendwie Fünf Sekunden und dann ist er halt weg Ja, komm! Ja, lass mich hängen! Ja, der grüne hilft halt schon wieder nicht, ne? Das ist echt kökker Das ist echt kökker Oho 1.300er Krits Ähm, ich glaube ich Das wären zwei Hits für mich Ich kann meine Motivation nicht gerade so richtig aufrechterhalten Muss ich ehrlich zugeben Wer bringt sich die ganze Zeit um, meinst du? Nein, es gibt auch schon wieder Der orange Der brauner Der brauner Der kann's einfach nicht Nicht der Meinung Nicht der Meinung Der kann's einfach nicht Nicht der Meinung Es sieht jetzt schon so aus, als ob sie es dann demnächst mal machen würden. Ich bin halt auch dauerhaft irgendwie verzaubert oder irgendwas anderes, gestunnt. Also, man kommt halt auch nicht weg von dem. Wenn sie sich fokussen, ist sie tot. Nee, das war's. Äh. Oh, schade. Aber liegt gut zu mir nicht mal am Anfang. Aber ich hab auch gebliedet, ich darf, wie gesagt, ich darf da gar nichts sagen. Ich hab schon wesentlich besser gespielt. Der Anfang lief gut, da hab ich irgendwann auf meine Stats geguckt, da stand ich irgendwie auf 3,315. Das fand ich okay. Ähm. Unser 8,1 ist inzwischen bei einem 13,8. Ja, das ist auch ein paar mal gestorben. Ja, 1400er Krits. Einfach ein bisschen übertrieben. Aber jetzt seh ich, dass sie was schreiben. Jetzt hab ich GG und so gesehen. Komisch. Also von den Gegnern halt. Aber das war zumindest ein spannendes Spiel. Das war wirklich ein spannendes Spiel. Da darfst du dich jetzt nicht beschweren. Nein. Es war auch keine Disconnects. Es war wirklich, es ging nur um Fähigkeiten. Ich ärgere mich nur, dass wir verloren haben, aber ansonsten war es ein spannendes Spiel. Na also. Haha. Gut. Okay. Der Ex und der Ding ist zusammengespielt. Ich glaub ich werde nächstes Mal trotzdem nochmal Ursa spielen. Haha. Ich mag den Charakter. Ich hab mich irgendwie dran gewöhnt und es war, es war ein schlechtes Ursa-Spiel. Ich will zumindest ein gutes Ursa-Spiel auf meinem Kanal haben, bevor ich den Char wieder wechsel. Da bin ich ja gespannt, wie lange wir Ursa sehen werden. Hey. Haha. Haha. Bisschen mehr, bisschen mehr Lumida-Vertrauen, bitte, ja. Haha. Deswegen hab ich ja gesagt, was ich mir dann nur Ursa sehen werde. Nein. Ich, ich, ich hab, hab Ursa noch fast gar nicht gespielt. Nein. Nein. Haha. Fast gar nicht. Was ist denn? BLD. Damage done to Towers and Barracks. Okay. Okay. Da war unser Troll-Warlord doch ziemlich stark. Ah. Es gibt ne... Heroes killed. Ah, okay. Ach, wer wie oft wen getötet hat. Ähm. Ich wurde gar nicht so oft getötet. Ich wurde fast nur von dem Rays King getötet. Der war Assi. Hm. Mit seinem Wiederkommen. Und wer wie viele Support-Items gekauft hat. Der Urga-Magier hat zumindest die meisten Support-Items gekauft. Mit Abstand. Ist doch nett. Bei uns zumindest. Und wer wie viele Skills hat, sieht man hier auch noch. Krass. Ja. Lief leider nicht so ideal, aber es war zumindest ein spannendes Spiel. Und ja, ich denke, darauf kann man aufbauen. Ja. Also, nächstes Mal wird's dann wieder, wird's spannend und wir gewinnen. Hoffentlich. Sicher. Also, bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.